Hey Leute, kurz gelabert, bevor das Video anfängt. Ich möchte nämlich ein bisschen Info rausbringen, bevor ich das Video hier anfange. Und zwar ist das Video nämlich eigentlich am 26.01. hochgeladen worden. Ist also ein bisschen länger her. Das ist nämlich Anfang des Jahres. Und manche fragen euch, warum lädst du jetzt nochmal das gleiche Video hoch, jetzt viele Monate später. Das Originalvideo wurde down genommen, da ich... Ich habe zwar Musik benutzt von Avengers oder irgendwie sowas. Und von dieser Shrek-Szene mit den Avengers. War ganz okay, ne. Ist halt ein Claim. Ist aber wieder noch online. Aber das Haupt, äh, ja, das Hauptshowcase könnte man sagen von dem Video, also den Klaus, den habe ich halt unzensiert dagelassen. Und alles dagelassen, nichts irgendwie zensiert oder so. Ich habe auch nicht so viel da geschnitten in der Szene, habe so ganz viel drin gelassen. Und das wurde dann geclaimed. Dachte ich mir so, okay, gut, nehme ich das Video nochmal down, weil das ist eh gesperrt, kann sich jemand anschauen. Ähm, schneide ich ein bisschen was, mache ich so ein bisschen Spiegeleffekt und dann lade ich es nochmal hoch. Da ist aber wieder nur das Problem gewesen. Es war für ein paar Monate online. Ich dachte mir so, okay, alles passt, mache ich ganz normal weiter. Es kam im März ein Video, es kam im April ein Video, es kam im Mai ein Video. Aber dann irgendwie so im Juli, Juli oder so, da wurde das Video einfach random geclaimed. Einfach so gesperrt, meine ich, nicht geclaimed, weil das habe ich ja mit diesen Avengers einfach wegmachen können. Aber das war anscheinend nicht genug, um den Klaus aufzuhalten, mein Video zu claimen. Und ich habe mir jetzt etwas anderes ausdenken lassen. Ich werde nämlich das meiste von dem Klaus wieder wegschneiden. Das heißt, das Video wird ein bisschen kürzer sein, als es eigentlich war, so 10 Minuten oder so. Ich hoffe, das ist insgesamt nicht so schlimm und ich hoffe, euch gefällt die alte Folge trotzdem noch. Ach ja, mir fällt noch zum Schluss gerade auf, dass ich ja schon ein bisschen länger keine Cringy Dingy Folge mehr hochgeladen habe. Nehmt das hier einfach als eure September-Folge, jetzt am letzten Tag vom September. Und ja, viel Spaß. Send your cringy videos to my god Twitter and T-Pix's favorite for the next episode of Cringy Dingy. Hey. Hey Leute, willkommen zurück zu Cringy Dingy. Wir werden heute wieder auf eure super tollen Einsendungen reagieren und wir fangen an. Fidget Spinner Ordering. Und ich kann nicht... Well, ich ordere einen Fidget Spinner. Okay. Ja. Es wird Spaß mit spielen, es wird blühen coloriert werden. Und... Natürlich. Cool. Ich wollte dich wissen. Mir wird heute die Bezahlen, ich mit dem einen und der Denny und der Denny und der Denny und der Denny und der Medio hochglobe. Und ich stelle heute ein Video, wie der Mann Schwippschwapp trinkt. Wie trinkt man Schwippschwapp, das wollte ich schon immer wissen. Nicht die ganze Flasche fangen, weil er ist halber. Oh, warum? Los geht's. Also ich wollte euch eigentlich zeigen, wie man Schwippschwapp trinkt, aber ich habe leider auf dem Weg schon mal Lust gehabt, habe die halbe Flasche schon mal leer getrunken und deshalb trinke ich nur die Hälfte. Okay. Bei dem läuft, ey, da, bei dem läuft. Scheiße. Ja, heute war scheiße. Ich war lieber. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Sekunden. Krasser Jung. Ich kann eine ganze Flasche leertrinken, aber ist auch okay. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, äh, fast sechs Sekunden. Krass. Danke, danke für den Tipp. Okay. Eins, zwei, drei, vier, vielleicht fünf oder so. Tolle Sprachen, deutschland, französisch. Man kennt's. Noch der letzte Schluck kommt hier. Okay, okay, jetzt komm, jetzt komm, komm, du schaffst das. Ich glaub, ich trinke die ganze Flasche. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Oh mein Gott. Die ganze Flasche ist leer. Good job. Es ist mega geil. Ja, okay. Okay, mein Lieblings- Hier ist Call of Duty Black Ops 3. Okay, wollte ich jetzt wissen. Und wenn ihr's wollt, dann zocke ich gern mit fünf Freunden, wenn es einen, die Fabi und noch andere. Ich grüße alle, Dennis und Fabi ist da draußen. Ich hab ne PS2. Chatz euch. Ich mach es noch auf YouTube, okay? Ja, so geht ihr. Okay. Ciao. Boom. So, ich soll mir das Ganze anhören. Let's Creep, Folge 34, Black Ops.Echse. Ich werde nie vergessen, was ich in diesem Spiegel sah. Und ich werde nie vergessen, wie langweilig dieses Video war. Ich soll jetzt ernsthaft ein Feiergurten-Video schauen. Ich hasse dich. Hat die in Five Nights at Freddy's Cap? Ihr wisst Bescheid, Leute. Ihr wisst Bescheid. Ja, ihr wisst Bescheid, Leute. Lasst gerne ein Like da und Navo da, weil die Folge war bisher sehr langweilig. Ich dock die dock die Litschuklappe weins. Wer will so ein Video? Da stand grad drin. Warte, ich kann auch mal zurückspuren. So, hey, guys. It appears that a lot of you wanted a DDLCS-Vines-Video. Wer? Wer will so was? Wer? Was ist los bei euch? Well, surprise. Eure Lichtwünsche kommen. Super. Okay. Man sieht nur nicht mehr den Text. Okay, super. Let's go. Okay, ich geb mir das nicht noch länger. Das ist zum einen mega asynchron, zum anderen richtig schlecht geschnitten. Und, nee. Es ist einfach nur richtig schlecht und scheiße. Und du willst jetzt er... Du willst jetzt nicht wirklich, dass ich mir das Ganze gebe. Man versteht nichts. Ich verstehe keinen einzigen Joke, okay? Keinen. Wieder Gacha Live. Och, nö. Oh, zum Glück. Video nicht verfügbar. Dieses Video ist nicht verfügbar, weil der Uploader sein YouTube-Konto geschlossen hat. Uff. Staplerfahrer Klaus 2001 Blu-Ray-Rip. Grüße an alle zukünftigen Staplerfahrer. Dieses Video muss ich leider aus der Kündigung die Folge rausschneiden. Deshalb sind stattdessen ein bisschen rumgeschrei, was dieses Video darstellen soll. Viel Spaß. Vtf. Was? 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 Was passiert hier? Ach man, Klaus. Schon eine zweite Tote. Ich habe Klaus umgebracht. Alter. Alter. Was gucke ich hier? Alter. Was? 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 Das kann doch nicht ernst gemeint sein, oder? Was habe ich mir daran angeschaut? Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt zeigen darf. Ich hoffe mal schon, weil es jetzt bin ich am Arsch, aber... Vtf. Mein RTL. Folgt mir auf Twitch, da mache ich mir momentan nur wieder sehr coole Livestreams, da könnt ihr gerne vorbeischauen. Außerdem habe ich einen Twitter-Account und ich habe einen sehr coolen Discord-Server und ja, jetzt geht es weiter mit dem Video. Mein RTL. Wacht auf, everyone. Es ist Christmas. Was ist das? Es ist Christmas. Your advent calendar has a chocolate for you, though you might have school or work to travel to. So asynchron. Nein. Ich kenne das, ich kenne das schon. Oh Gott, was ist das für ein schlimmes Profil, Alter. Ja, es ist außerdem, äh, Copyright, und ich sage ja, keine Copyright-Lieder oder irgendwas gekopyrighttet. Ich kenne das schon, das ist... Es ist einfach richtig cringe. Es ist schlimm. Shrek doesn't have to high ground. Shrek. Ich habe die high ground. Ich habe die high ground. Dieses All-Star ist noch im Hintergrund, Alter. Shrek vs. Jedi Younglings. Heute ist alles scheint der Tag des Shrecks, oder? Wie schlecht der eingefügt ist. Shrecks Funeral Avengers Endgame Version 2. Short Don't go. Shrek fucking dies. Noo. Shrek fucking dies. Noo. F Goku Transformers Oh Godzilla One Punch Man Why So Obi-Wan Steeds Anakin Studs Ah das kenn ich schon, das ist cool So Ich habe hohe Grund Das ist echt cool gemacht True Ready So das war es dann für diese sehr kurze Folge von CringyDingy Wir haben heute sehr viel von Schreck gehabt Ich kann nicht wirklich sagen ob jemand gewonnen hat Deshalb sage ich einfach Nichts Und das Video wird sich jetzt einfach von alleine ausschalten